Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's der Gordon und wir sind wieder in Minecraft. Gegenüber von mir ist der Tom und ja, wir hatten uns gerade ausgelockt und beziehungsweise ich habe für euch eine 45 Minuten lange Special-Folge gemacht als erste Folge des Minecraft Multiplayers. 45 Minuten, bist du verrückt? Und wir sollten die Aufnahme abbrechen, weil ich jetzt essen gehen muss. Hallo und herzlich willkommen zurück Leute, ich bin's der Gordon, wir befinden uns in Minecraft und ja, wir sind an der Stelle, wo Tom und ich uns gerade ausgelockt haben und er gerade voll bekloppt an seinem Mausrad dreht. Was? Ist er nicht. Nein, wir haben zwei Neuzugänge, einmal den, nee, war Lukas gerade schon dabei? Ja klar, Lukas war gerade schon dabei. Wir haben einen Neuzugang und es war den Ringo67 aka Lorenz im Real Life. Ich habe ja gesagt, es sind zwei Leute, die halt, ähm, heißt halt Dance nicht so ab, es sind zwei Leute, die halt nicht, äh, am Anfang dabei waren, Lorenz ist jetzt halt dabei, ich habe ihm, ja, der sagt ja auch gerade mal High direkt, ähm, ja, was, ich sollte ja direkt mal Minecraft ein bisschen lauter machen, sonst hört man ja gar nichts, alles klar. So, äh, ich habe ihn an den Spawn, äh, also ich hab ihm gesagt, wo er hingehen soll, und da oben baut er jetzt gerade sehr wahrscheinlich sein Haus, ich weiß es nicht, ich hoffe es mal. Das ist sicher voll der Cheater, der hat sicher schon so ein fettes Diamantblockhaus. Bestimmt, vor allem, weil ich der Einzige mit der Rechte hat, egal. Auf jeden Fall, äh, letztes Update ist, Tom und ich waren ja hier unten in der, äh, Höhle drin, und das war noch das Cobblestone-Massaker von gerade eben, wo er mich versucht hat einzuschließen, der Sack. Hä, ich hab gar nichts gemacht, was glaubst du, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, gar nicht, die letzten fünf Minuten von der großen Special-Aufnahme. Egal, ähm, ich hoffe, euch hat die 45 Minuten lange, äh, extra lange Folge gefallen. Ich dachte mir, so, vielleicht für den Start in den, äh, Multiplayer sollte man etwas länger machen. Und, ja, was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Spitzhacke von mir irgendwie auf einmal mehr Hilfe hat. Ich weiß auch nicht, ich hab den Trado-Server, äh, ja, geschlossen. Äh, also, ich schließe mir halt immer, wenn die Aufnahme nicht läuft, damit man hier nicht im Hintergrund weiterbauen kann. Und, ich weiß auch nicht, vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, schon, ihr, da oben an der Oberwelt, wie sollt ihr weitergebaut? Was soll der Mist? Habst du doch gar nicht, ich weiß doch nicht. Egal. Ja doch, die haben doch Häuser schon, und wir haben keine Häuser. Ich hab ganz viele Häuser, aber liegt auch daran, dass es ist... Ja, mit wir meine ich mich. Ah, okay. Ähm, ja, äh, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt nicht mehr 10, sondern 7 Gold, hab, aber, naja, ist auch egal. Jetzt, äh, bin ich immer noch auf der Suche nach einem verdammten Diamanten. Alter! Ja, ich hab das aus dem Sinn aufgesammelt. Ja, ist ja gut. So, hier drunter ist nichts. Aber wir sind auch auf der Höhe 11, und hier ist eigentlich ideale Diamantensache, ne? Ist das nämlich schon zu niedrig? Nö, also von 17 bis 0 halt. Ah, okay. Bis 0, echt? Ich dachte irgendwie bis 6. Ja, aber man kann ja unter 5, glaube ich, nicht mehr bauen, weil dann meistens nur ein Bedrock ist. Aber die könnten rein theoretisch darunter noch spawnen. Ja, kann man halt nichts mehr machen. Okay. Ja gut, ich hab halt das Problem, ich hab jetzt kein Fackeln mehr. Ich muss immer jetzt in der Nähe der Lava sein. Und vielleicht, oh, wenn irgendwas in der Lava verbrennt, sieht das so aus, als wären das kleine Diamanten. Das ist voll creepy. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, orientier ich mich jetzt erstmal und möchte meinen eigenen Diamanten haben. Wenn ich einen hab, dann bin ich auch raus und kann oben an der Oberfläche weiter bauen. Ich würd mich jetzt so freuen, wenn ich jetzt so einen riesen Diamantenspot mit 20 Diamanten oder so hintereinander finde. Alter, wenn's das gäbe würde in Minecraft, ne? Ja, aber 3 würden schon reichen, das wär schon genug Demütigung für dich. Alter. So, da hab ich, äh, Redstone. Ganz toll. Ich baue heute einfach mal nur ein bisschen ab, hier so, bis... Ich bin tot. Echt? Ja, ich bin in Lava gefallen. Ist das auf dem... Oh, bist du in der Nähe gestorben? Ich bin ganz tief in Lava gefallen. Ach, okay. Äh, ja, Leute, ich bin... Oh, ich hab Lapisla zu viele gefunden, ich bin grad schon am Auslosten, ich dachte schon, weil es so blau ist, wäre das Diamantenzeug, aber naja. Ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Du, du, Landesverhältnis möchtest du ja oft in Lava, oder? Ja, hab ich auch so das Gefühl. Öle ist nicht so mein Ding, anscheinend. Boah, ich hab keine Lust, mich wieder neu auszurüsten. Das ist Minecraft. Weißt du, dein Problem ist, du hast so viel Eisen, bringst das aber nicht an die Oberfläche und dann hast du immer wieder das Problem, dass du kein Eisen hast. Ja, eben. Ah, hm, hier könnt ihr überall ein Diamant sein, ich weiß noch nicht wo. Ach, ich geh jetzt einfach strip mine so lang, bis ich Diamant gefunden habe. Strip mine? Jetzt flamm ich wieder alle, ja, strip mine! Ja, ich strip mine, jetzt. Ja gut, ich darf das nicht, bin ne Aufnahme, ne? Also, wenn die Leute immer wieder den gleichen Gang sehen, krästen die aus. Ich möchte mal voll gerne ne Pilzkuh haben, aber cheaten ist ja hier nicht angesagt. Ich hab extra Vanille-Server gemacht. Äh, na, wegen Plugins und so, das soll ja auch alles nicht da sein. Hat wir ein paar Steine? Ah, da sind Steine, ich nehme hier die Wut. Ah, äh, Lukas, du bist direkt über mir. Äh, ah, ja, stimmt. Oh. Bist du denn auch in der Höhle? Ne, ich bin an der Oberfläche. Oh Gott, wie weit das ist. Ja. Lapslazuli. Na ja, gut. Dann werde ich jetzt hier einfach mal andere Wege anschlagen, vor allem ich muss irgendwie versuchen, die Lichtquellen mitnehmen zu können. Also, ich bin auch für 67. Okay. Boah, cooler Effekt, wenn man da das Wasser geht, immer wieder. Find ich echt geil. Hm, da war ein Zombie zu hören. Wow, da ist er. Na du? Komm mal her. Komm mal her. Ja, gleich ist es vorbei. Und nicht in die Lava. Boah, bist du ein Idiot. Aber ist das echt so? Hier bin ich doch gerade gewesen, ne? Ist es echt so, dass man tot ist, wenn man in die Lava fällt? Nein, aber man hat da halt einfach keine Chance mehr rauszukommen. Wenn man so richtig tief reinfällt, dann kann man es eigentlich nicht direkt hinlassen. Echt? Aber ich habe eigentlich nur Schwierigkeitsgrad 2 eingestellt. Also so schwer sollte es nicht zu sein, hier drauf zu überleben. Ja, ich bin da aber aus zwei Blöcke Höhe reingefallen und dann erstmal fünf Blöcke abgesunken. Das ist wieder ein Feuerweh. Dann hat es eh eigentlich keinen Sinn mehr. Okay, gut. Alter, ich muss jetzt auch wieder an die Oberfläche, weil... Nein, ist das Gold weg? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen, wie viel ich vorhatte. Ich schnappe jetzt ein Boot und fahre mal ganz weit weg. Genau, mach erstmal die Karte größer. Oh Gott, meine Spitzhacke. Einmal quer übers Meer und dann nächste ins Runtergehen und das Schwirrm ein. Ah ja, achso, aber es war ganz weit weg, damit du die meisten Chancen hast, hast du? Nein, damit ich halt nie hier direkt unter unserem Dorf den ganzen Untergrund zerstöre. Achso, ja gut, das ist natürlich wieder freundlich. Äh, ich glaube, hier bin ich hoch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hm, ich glaube, hier bin ich hochgekommen. Ja, hier bin ich, äh, ich bin natürlich runter, runtergekommen. Oh, voll die Pilzhülle. Oh, hier ist meine Magic Mushroom-Hülle, ich sag's euch, Leute. Erstmal mitnehmen, so. Ah, da höre ich schon Sklett. Hey, Wasserfall. Oh Gott, komm, 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 komm. Überbrückungsmusik, zwei, drei, vier. Alter, gleich schießt mich da bestimmt so ein scheiß Sklett raus und ich fall erstmal voll viele Kilometer in die Tiefe. Aua. Hm. Also ich seh Fackeln, Leute, also, das ist schon mal... Oh, Creeper! Ja, da bin ich ja eben auch die ganze Zeit rumgelaufen und dann mehrmals gestorben. Und jetzt? Oh, das kann's nicht so. Uh, hey, geil, Gunpowder. Ist die irgendwo ne... Büste? Ähm, da wo ich für Glas Sand abgebaut hab, ist hinter der Mühle einfach runterlaufen, etwas links halten. Okay, gerne. Ja, ja. Aber von dem natürlichen Strand irgendwie was da behalten, damit's nicht so abgetragen aussieht. Hey, ich bin an der Oberfläche, das ging jetzt aber einfach. Ey, wie geil, guck mal, das ist ja hier voll der... Wie geil, Leute, das ist voll der geheime Eingang. Das sieht... Also, oh, kurzer Leck. Da sieht man ja wirklich gar nicht, wie man hier rauskommt. Wo bin ich denn jetzt? Da hinten ist der Mond, das heißt, ich muss... Wenn der Mond... Da ist die Sonne, also muss ich da lang. Ja, hab ich mir nämlich gemerkt, Leute. Da geht die Sonne... Also, wenn ich an meinem Haus stehe, geht die Sonne immer da auf. Also, da lang. Boah, ich bin voll der Ranger, dass ich mich hier voll in... Für uns hat das jetzt voll die Bedeutung. Wenn ich vor meinem Haus stehe, geht da die Sonne auf und da unten. Ja, aber ich rede für die Zuschauer, ja? Und wenn ich in eine Richtung gucke, dann wissen die Zuschauer, was ich meine. Verstehst du? Ja, wir aber nicht. Ja, ihr nicht, da habt ihr recht. Ich muss halt im Gegengesetz der Richtung der aufgehenden Sonne laufen, dann komme ich zu unserer Base. Weißt du Bescheid? Ja, das habe ich sogar echt kapiert. Ja. Oh ja, das wird auf einmal voller Geheimaufgang. Oh, gleich ist mein Spezucker kaputt. So, jetzt mache ich mal den schönsten Aufgang ever. So. Und ich bin da. Und hier sollte... Ey, hatten wir gerade Sonnen auf oder so einen Untergang? Keine Ahnung. Oh, ne. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, weil ich dachte, wir hätten so einen Aufgang. Das war... Wärst du halt eine Sekunde stehen geblieben und hättest geschaut, in welche Richtung die Sonne geht, wäre das nicht passiert. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette... Oh, nein! Oh Gott. Hälfte des Lebens verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sterbe. Mit 35 Level-Share an Fallschaden, ist echt uncool. Was ist denn hier passiert? Wir hatten hier mitten im Dschungel angefangen, mit einer Workbench zu bauen. Also so einen Weg nach unten. Ey Leute, ich sag's euch, ne? Ja, in so einem kleinen Wasserloch. Ah, das ist der Weg zu uns, wo wir uns eben mit Steinen verbreitiert haben. Darunter geht's so. Okay, okay. Creeper? Ja, vorhin einen anderen Weg zu bauen. Da bin ich da runter. Puh, das war knapp. Oh, Lava, Creeper, alles. Oh, ist der Voller Adventure Map, ja. Ey, wer macht so... Ah, hier stehen schon die ersten Häuser. Cool. Apropos Adventure Map, äh, wollen wir demnächst noch mal Adventure mitmachen? Ja, sehr gerne. Creeper, äh, Enderman. Warm, Junge, voll in die Fresse. Ja, komm, komm, Zeit auf die Fresse haben, kleiner Freund. Äh, jetzt hab ich Angst. Wo bist du? Enderman. Äh, große Bäume bitte nicht stehen lassen. Einfach abbrennen, ja? Mach ich mal eben kurz. Äh, nee. Alter, geht's noch? Hausfriedensbruch und so? Mein Gott. Klopf da einfach mal hin. Oh, hinter dir. Soll ich dir helfen? Pass auf, ich bin dir ein Enderman. Ja, der kriegt mich nicht klein. Komm her, was willst du? Nicht anzünden, nicht anzünden, nicht anzünden. Pass auf, soll ich den mal anzünden? Ich zünd' den mal an. Was ein Idiot, jetzt teleportiert sich durch die halbe Weltgeschichte, weil er brennt. Oh, hier ist jemand zu reich, ein, äh, Holzstück abzutragen. Naja. So, also einfach nur die, äh, die großen Bäume abbrennen, denn ich kann die voll nicht haben, wenn die so in der Luft rumschweben. Ja, 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 ja. So, ein bisschen Holz kann man natürlich noch retten, aber, naja. Gut, ich würde mal sagen, da sich ja jeder hier jetzt seine eigenen Bauplätze ausgesucht hat, äh, verbinde ich die mal mit Wegen, ne? Und setze da an die Seiten Laternen, damit man auch durch die Nacht laufen kann, ohne irgendwo gegen zu laufen. Ich hab noch gar keinen Bauplatz. Ja, dann mach dir doch einen. Oh. Ja. So, ich hab 24 Gravel. Wow, Moment. Da. Ich hab 41 Gravel, damit komm ich richtig weit. Ne, ich noch so ein Wasserkraben bauen, damit die ganzen Creeper nicht... Damit die ganzen Creeper nicht was? Meine Wohnung kommen. Achso, ja. So, ähm... Wollen wir mal so. Ach, wisst ihr was? Ich baue nochmal eben ganz kurz, ähm, frisch das Zuckerrohr an, weil ich doch schon gerne langsam meine Bücher fertig haben möchte, für die Verzauberung. So, ja, sieht eher unschön aus, ich weiß, aber... Das ist ja erstmal, du bist jetzt der erste, äh, Buch, ähm... Oh mein Gott. Was? Ja, das hat von... Äh, vier Creepern gejagt. Alter. Ach, fünf, oh, weg. Also, ich wollte nur sagen... Alter. Ich wollte nur sagen, halt, damit... Äh, warte, was steht da? Hab ich gerade ein Essence bekommen? Ja, egal. Auf jeden Fall, damit erstmal mein erster Buchbestand besteht, damit ich Level 30 erreichen kann. Danach baue ich dir das Bookshelf so um, dass es schön aussieht. So. Braucht man für Bücher nicht noch Leder? Ja, ja, klar. Dafür muss man die Kühe da schlachten. Ja. Wobei, ich wollte ja auch noch eine automatische Kuh-Backmaschine bauen.